Hallo Freunde der Nacht, wieder eine lustige Dating-Mail, die ich heute vorlese. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebsche.de anstoßen und dann auch aussuchen, ob du auf dem Stapel landest, wo ich da immer welche aussuche oder ob du eine sichere Antwort haben willst. Und heute geht es mal wieder um die klassische Beziehung, die anläuft, nach 200 Tagen scheitert und wir haben ja wieder jemanden, der ewig Single war, was immer so ein paar Probleme aufwirft, aber ich werde das mal ganz in Ruhe mal beleuchten, meine Meinung dazu. Eine Nachricht von Rubruksko Kosnowskulow und er schreibt, Lieber Christian, ich bin schon einige Zeit mit deinem YouTube-Content unterwegs. Halte mich für selbstreflektierend, komme aber auch jetzt in meine aktuellen Beziehung zu der schmerzhaften Erkenntnis. Das Universum konfrontiert uns so lange mit unseren Themen bis ... Bin Mitte 50 und habe über Online-Dating, soll Fälle geben, wo es auch geklappt hat, Smiley. Ja, man sagt, also das hat mittlerweile, hat es, muss ich ja auch, also ich will ja dem Fortschritt nicht im Wege stehen. Also es ist schon auf Platz 2 der Orte, wo man Partner kennenlernt. Also Platz 1 ist Freunde und Online-Dating aber früher auf Platz 4 oder so, dann kann man dann noch Arbeit und was weiß ich. Ist schon auf Platz 2, erstaunlicherweise. Was aber, glaube ich, nicht dafür spricht, dass die Chance so groß ist, sondern dass es einfach praktisch immer mehr Leute machen. Selbst die, also höre ich ja auch immer Leute, die in der Uni sitzen, wo man denkt, die können wirklich jeden Tag Leute kennenlernen. Selbst die machen Online-Dating. Es wirkt halt immer so easy, ist es dann aber nicht. Aber ich kann total verstehen, also wie gesagt, ich will da niemand, wer das machen will, also wenn nichts anderes funktioniert. Und du bist ja hier, glaube ich, in den 50ern oder so und man einfach keine anderen Gelegenheiten gibt vielleicht, kann man es ja mal ausprobieren. Nach zahlreichen Affärchen eine Frau kennengelernt, die etwa zwei Jahre älter ist als ich. Na, immerhin Affärchen, also ich vermute mal, du meinst jetzt nicht Dreiecke, sondern kurze Geschichten. Sie hat stark um mich geworben, ich war nicht sofort Feuer und Flamme, aber wir konnten uns super unterhalten, haben viele gemeinsame Interessen und sie hat eine starke Anziehungskraft auf mich. Also, ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Meine Lebenserfahrung ist, dass es häufig die Sachen besser laufen, sage ich jetzt mal, wenn der Mann die Frau erlegt, sage ich mal, und nicht die Frau den Mann. Aber das gilt mit Sicherheit nicht für alle Beziehungen, könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr so dazu denkt. Aber also meine Lebenserfahrung ist wirklich die Ergebnisse besser gewesen, wenn ich so die ersten Schritte gemacht habe. Aber ja, könnt ihr mal interessieren, wie ihr das so seht. Äh, äh, der Badge-Bow ist richtig gut. Eigentlich gab es von Anfang an einige Daten, die wir zuerst einige Lahmännämchen angehen haben lassen. Äh, sie war zehn Jahre Single. Ja. Also jetzt kommt wieder der Spruch. Ähm, habe ich ja auch in meinem Buch, äh, der Liebescode, schreibe ich das ja, also wenn jemand so, es gibt jetzt nicht so eine fixe Zahl, aber länger als vier, fünf Jahre Single ist, ähm, Ist da jetzt erstmal nichts falsch dran, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht so ein bisschen passive Bindungsangst gibt oder aktive Bindungsangst gibt, ist einfach deutlich erhöht. Jetzt weiß ich, sage ich immer wieder, Disclaimer, dass unter meinen Zuschauern und Zuschauerinnen viele sind, die sind ganz lange Single und die wünschen sich, dass es anders ist und dass, wie gesagt, das ist nichts falsch an einem. Nur die jetzt bei mir sind, die arbeite ich auch an euch und ihr habt das im Blick irgendwie. Aber wenn du auf einem freien Markt bist und du, also selbst wenn du jetzt zehn Jahre Single bist, hilft es nicht viel, wenn du jemanden datest, der zehn Jahre Single ist. Also weil das, es potenziert sich einfach die Schwierigkeiten so. Genauso wie wenn jemand in Plusrichtung, also nie Single war, immer nur in Beziehungen, gar nicht allein sein kann. Also das ist so das andere Extrem auch nicht so gut. Wir wollen immer versuchen, in die Mitte zu gehen und ich vermute mal, dass die meisten hier haben vielleicht etwas wackeliges Bindungssystem und dann wollen wir jemanden suchen, der ein sicheres hat als wir selber, damit wir uns auch beruhigen können sozusagen. Und das ist immer mein Problem. Deswegen sage ich immer, dass jetzt nichts gegen Leute, die zehn Jahre Single sind. Es gibt viele Gründe, warum man heutzutage vielleicht lange Single ist. Aber es erhöht einfach rein prospektiv nicht die Chancen, dass daraus eine längere Beziehung wird. Das ist einfach so. Rein statistisch kann ich auch nicht erinnern. Gut, also wer ich, aber ich habe mich auch schon gemacht. Ein zehn Jahre Single. Scheppernd, gnadenlos auf die fucking Fresse geflogen. Also ich, würde ich persönlich außerhalb von Affairchen, also oder Situationship oder ich weiß nicht was, würde ich mir sehr überlegen, ob ich, na wie gesagt, ich will jetzt niemand, und es wird immer wieder falsch verstanden, als wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, das wären Leute, die zehn Jahre Single sind, mit denen wird irgendwas nicht stimmen. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du jemanden datest, dass der zehn Jahre Single ist, dass der auch Single bleibt, so, oder dass die Beziehung nicht lange dauert, die ist einfach erhöht irgendwie, ne. Ja, ich kann es ja auch nicht erinnern. Wie gesagt, und die Leute, die bei mir sind, die arbeiten ja an sich, das ist ja auch was anderes. So, sie war auf dem Papier noch verheiratet, aber seit zehn Jahren getrennt. Mann vor zehn Jahren ausgezogen, erlebt in seiner eigenen WG an einem anderen Ort. Meine Freundin lebt immer noch im ehemals gemeinsamen Haus mit fast zehn Haustieren und der fast erwachsenen Tochter, die selbst einige persönliche und psychische Probleme hat. Ja, auch wenn jemand ist, also ich bin ja auch jetzt, also mein Hund hat mich ja auch überzeugt vom, war ja vorher nicht so der Fan von Haustieren, aber muss sagen, mein Hund. Aber zehn Haustiere ist auch nichts, ist das Gleiche, ist nichts falsch dran. Ich kann verstehen, wenn Leute keinen Bock mehr haben auf Menschen. Es spricht trotzdem eine gewisse Sprache, wenn man jemanden sucht für Beziehungen vielleicht. Aber vielleicht seht ihr das auch anders, ne. Aber es sind alles Sachen, wo man jetzt überlegen kann, ist das, also zehn Jahre Single, ist das für jemand, der eine feste Beziehung sucht, ist das schon eine Red Flag? Also es ist nicht so, was wir immer klassisch mit Red Flag meinen, dass das, was nicht manipuliert wird und dies, das, jenes. Aber auch so bindungsängstige Beziehungen können einen ja so richtig runterziehen. Von daher ist es auf jeden Fall eine Warnlampe, Alarmlämpchen, wie du ja gesagt hast, ne. Aber gut, wenn man sich verliebt hat, hat man sich halt verliebt und dann gucken wir sich das weiter an, ne. Die ersten Monate hat das bisher ganz gut geklappt, obwohl wir uns meistens nur an den Wochenenden sehen konnten, meistens bei ihr, äh, bei mir ging es nur tagsüber, da, ja genau, mit den, mit den, ja, 27 Haustieren, die sie hat, dass sie natürlich da nicht über Nacht weg bleiben kann, ja, dann geht es dann immer schon los, ne. Ja, ähm, ab dem vierten Monat, so, jetzt gibt es ja immer die 100-Tage- und die 200-Tage-Grenze, also vierte Monat 100-Tage-Grenze, wirkte sie in einigen Situationen zunehmend kälter. Das ist jetzt die typische, ich kenne die Frau jetzt nicht, ich weiß nicht, ob die bindungsängstlich, aber sagen wir mal, bindungsvermeidende Beziehung, nach 100 Tagen, äh, fängt es an, kälter zu werden, nach 200 Tagen ist der Spuk vorbei und da ist das, äh, ein absoluter Klassiker und, sag ich jetzt nur aus meiner Sicht, eigentlich genau, was ich befürchten würde mit diesem Setting, was wir hier haben, so. Aber man weiß es natürlich nicht, vielleicht ist es auch in 10% der Fälle oder 5% oder 2% und läuft es auch mal anders, aber macht es euch nicht so schwer, sag ich mal. Selbst wenn ihr 10 Jahre Single seid, macht es euch nicht so schwer, äh, sucht vielleicht jemand, der so ein bisschen mehr im Beziehungsgame ist, wäre so mein Rate. äh, so, im fünften Monat, äh, gehen die Probleme noch mal richtig los, ja, das ist wirklich so absolut typisch. äh, sie hat zum zweiten Mal, äh, kurzfristig das Wochenende abgesagt, ja, das ist, oh mein, das erinnert mich so an meine diesbezügliche Beziehung, ey, also wirklich absolut. äh, beim ersten Mal, ja gut, ich will jetzt nicht so in die Details gehen, ähm, ähm, random Grund, kann man glaube ich so sagen. Ich war echt angepisst und bat sie um ein Telefonat, der ich keinen Bock, äh, auf, ähm, WhatsApp hatte und dann noch missgeschrieben hätte. Sie hat dann tatsächlich noch am Ende des Wochenendes angerufen, hat mich dann etwas weichquatschen lassen, Verlustangst pur. Ja, das ist ja auch, was ich, das kommt ja der neue Verlustangstkurs bald raus, was ich immer sage, es ist immer die Frage, ob man Verlustangst eigentlich schon vor diesen Beziehungen hatte, so, und nicht vielleicht glücklicher als Single war, oder ob dir nicht genau solchen Beziehungen entsteht. Es entsteht halt Verlustangst, wenn du immer wieder, also siehst du es sowieso nur am Wochenende und dann, ach, nee, sorry, der, mein Kanarienvogel, äh, der hat irgendwie eine Ohrenentzündung und, Mensch, ich muss leider das ganze Wochenende absagen und auch die nächsten fünf Wochenenden, ja, dann entsteht Verlustangst, so, ne, das ist eben eine Matchfrage auch, ne, aber guck da gerne mal in den Kurs rein, das ist, äh, ist der Kurs mit den meisten Voranmeldungen ich je hatte, ist echt Wahnsinn. Ähm, äh, wir hatten es auch, den Satz verstehe ich jetzt nicht, äh, gut, das Gespräch war konstruktiv, trotzdem rief er mir ein scheider Nachgeschmack, ja, ich fühle das total, äh, sie schienen sich trotzdem einiges zu Herzen genommen zu haben, naja, ich sage ja nicht, dass sie dich absichtlich verletzen will, das ist, sie war bestimmt auch, ähm, verliebt und, und, äh, aber jetzt ist es schließlich schon mal nicht mehr so verliebt, ne, äh, äh, ja, das ist wie es ist, ne, so, aber getreu nach dem Motto, das Verhalten ist die Botschaft, genau, so würde ich das auch immer sehen, äh, gestern, wieder am Wochenende, wieder eine WhatsApp, äh, sie hat, äh, seit Freitag, ja, starke Schmerzen im kleinen Zeh, also ist ein bisschen was anderes, aber wieder so ein bisschen, ja, mhm, kann sich selbst nicht leiden, macht sich auch so viel Sorgen, ich wäre es lieber, wenn wir uns dieses Wochenende nicht sehen würden, ja, also du bist ja meiner Sicht nach auf der richtigen Spur, weil meine Erfahrung ist, dass es völlig wurscht, warum, also, warum jemand absagt, also, ihr habt eine Fernbeziehung, wir sind noch nicht mal, noch nicht mal ein halbes Jahr zusammen, Wochenenden werden abgesagt, äh, ich meine, wenn man, weiß ich nicht, wenn man in einer richtigen Partnerschaft ist, man ist verliebt, ja, dann hat man eben irgendeine Malesse, sag ich mal, schnupfen, was weiß ich, und sieht sich trotzdem, ne, weil einfach, einfach Bock hat, sich zu sehen, und, äh, gibt ja mal diesen Spruch, wer, wer nicht will, findet Gründe, und wer, wer will, findet Gelegenheiten, das sag ich ja, weil das, äh, guckt euch Prinz Harry an, Land gewechselt, äh, Krone gewechselt, ähm, Familie verlassen, ob das jetzt so gesund ist, weiß ich nicht, aber, das machen Menschen, wenn sie so absolut überzeugt sind von der Sache, ne, und wenn man eben nicht überzeugt ist, und man muss ja jetzt nicht so überzeugt sein wie Prinz Harry, aber, ähm, ähm, ja, wenn das dann schon nach ein paar Monaten, wenn man sich schon so wenig sieht, und das, das kenne ich, ich kenne das total aus diesen Beziehungen, man denkt sich immer, Alter, wir sehen uns doch gar nicht, ne, und dann sagt jemand, ja, ich kann heute nicht, weil, weiß ich nicht, Außerirdische haben meine Wohnung verwüstet, ich musste erst mal wieder einräumen, was soll ich machen, hatte ein Erdbeben, und man denkt sich immer, was soll man dagegen sagen, wenn jemand nicht will, dann will er nicht, ne, das wird sie einem nicht aufzwingen, und man selber hat sich aber gefreut, ne, man fällt sich ja auch drauf ein, ne, geht eben nicht mit den Kumpels bowlen, und dann kriegst alle so auf diese Feier freuen, wow, wow, ich kam mir ausgeladen vor, wow, das, das ist eine big fucking fat red flag, also das, oh ja, aber das, ich kenne das alles, ist eine Feier, plötzlich wird man ausgeladen, ne, ach, was, musst du da leider allein hingehen, komm, mach dich nicht auf den Weg, es ist zu weit, und Mensch, äh, ich meine, ich will dir jetzt nichts unterstellen, ne, aber das sind genau die Sachen, die mich in diesen paar Beziehungen, die ich so hatte, komplett kaputt gemacht haben, weil du weißt es, du willst einem ja auch nichts unterstellen, Fakt ist, in bindungssicheren Beziehungen, wo beide verliebt sind, äh, passiert sowas einfach nicht, ne, es passiert einfach nicht, es passiert immer nur in diesen Beziehungen, und, äh, ich, ich, mein Bauchgefühl sagt auch, dass du dich vielleicht so recht drüber ärgerst, aber ich, wie gesagt, ich will niemandem was unterstellen, aber, ähm, mein heutiges Ich würde vermutlich mal spätestens an dem Punkt sofort beenden die Beziehung, oder auf, äh, Freundschaft plus zurückfahren, wenn das noch geht, äh, oder einfach gar nichts, weil ich einfach, ich einfach keinen Bock mehr habe, mich so behandeln zu lassen, und nur, man kann das nicht diskutieren, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich hab dieses, ich hab die Schmerzen im Zeh, und es ist so, willst du mir etwas, irgendwas unterstellen, meine, diese Gespräche machen einfach keinen Sinn, ne, meiner Ansicht nach kann man das Ganze nur, kann man nur die Reißleine ziehen, und ist die typisch, wirkt wie die typisch bindungsängstliche Beziehung aus dem Labor, wirklich, ähm, aber wenn sie es nicht mehr fühlt, fühlt sie es nicht mehr, ne, weißt du, irgendwas, äh, willst du dir jetzt ein Buch schenken von Steffi Stahl mit Überbindungsangst, äh, es wird nichts bringen, äh, weil, weil sie ja, weil sie es einfach nicht fühlt, ne, man, vielleicht hat sie auch gar keine Bindungsangst, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kann sie einfach, ähm, was auch immer es ist, aber es ist ein Abfakt, ne, aber Fakt ist, die meisten Beziehungen gehen nach 200 Tagen auseinander, ist auch eine Frage der Kompatibilität, ne, die meisten Beziehungen gehen genau dann auseinander, insofern gräm dich nicht, ähm, also, da kommt noch was anderes, ähm, auf die Frage, was ihr mit der Feier seid, halt sie mit, dass sie nicht sicher sei, ob sie dahin geht, Schmerztabletten nehmen müsste, oh, das triggert mich so hart, weil mich das so erinnert an, an das, was ich so erlebe, boah, das triggert aber, je Gott, ich kann das, boah, nie fucking nie wieder will ich sowas nochmal erleben, ey, wirklich, äh, auf die Frage nach einem Telefonat oder wenigstens Kaffee, damit ich, äh, ihr wenigstens noch was vorbeibringen kann, was ich ihr geben wollte, ähm, ich will jetzt mal nicht so in die Details gehen, schriebst du mir, äh, nee, geht nicht, können wir in zwei Tagen telefonieren, vielleicht ist es dann besser, äh, kannst vergessen, abhaken, ey, next, also, da wäre ich echt, also, da würde ich echt keine Tränen hinterher weinen, also, ohne Scheiße, ähm, ähm, schrieb drauf hin, äh, shit, ich hoffe, dass es uns noch eine Chance gibt, aber für mich definitiv die letzte, sonst würde ich nächste Woche ein paar Sachen bei ihr holen, wenn sie sich nicht bei mir meldet. Bisher noch keine Antwort, hab schon mit meiner Schwester, ist in solchen Sachen meine vertraut und einem Freund mehrfach über die Situation gesprochen, um Dampf abzulassen, sehr gut, und kein Mist zu schreiben, absolut richtig, äh, das bringt gar nichts, da bist du wieder der, der Böse und der Arsch und der, der, äh, der Narzisst womöglich und weiß nicht was, der sie nicht mal einmal im Wochenende in Ruhe lässt lassen kann und, ne, machst du genau richtig, äh, aber der, der Drops ist gelutscht, weil, äh, das ist meine Meinung, weiß ich nicht, was, also, ich würde mir das nicht mehr antun, ne, ähm, aber ich, das macht man dann so, dann, ne, du setzt ja quasi jetzt hier so einen Dealbreaker, wenn du dich bis dahin nicht meldest, aber da ist eigentlich, klar, das kann man jetzt alles noch machen, aber es ist eigentlich schon, äh, rollt schon Richtung, äh, bergab der Ball hier, würde ich sagen, ne, mit hoher Geschwindigkeit, äh, Tatsache ist, das komische Gefühl hat mich nie losgelassen, ja, die letzten vier Wochen wurde es immer stärker, ich hab hier die Pistole auf die Brust gesetzt, ich merke, dass mich diese Beziehung über mir anstrengt und ich auch zunehmend leide, bin ich schief gewickelt bei der Standards hoch, absolut fucking nein, du machst das genau richtig und weil du relativ hohe Standards hast, wird das sehr wahrscheinlich jetzt Zeiten auseinander gehen und das ist was Gutes, das ist was sehr Gutes, weil du damit eine Krümelbeziehung vermeidest und noch mehr Schmerzen, machst du alles richtig, also ich hab das damals auch so gemacht, äh, bin dann auch so, was war dann auch nach sechs, sieben Monaten vorbei, ich würde es heute anders machen, ich bin mir sehr, sehr, ich bin mir eigentlich absolut sicher, dass ich viel früher rausführe ausrichten soll, weil man muss es aber ein paar Mal vielleicht erlebt haben, wie kacke das ist, ey, mein Gott, ey, hol lieber wieder ein Affärchen, also kein Dreieck, aber ein Situation-Shift, wie man heute so sagt, aber das braucht kein Mensch, ähm, äh, finde ich auch ein bisschen doof, dass sie dann das Ganze nicht beendet, ne, wirklich, was soll das sein? Der Frust ist groß, möchte mit, äh, Mitte 50 endlich mal in einer sicheren Beziehung ankommen, ja, verstehe ich, aber es kann jederzeit die richtige dabei sein, aber ich glaube, dieses ist nicht. Brauche Stabilität, habe genügend in meinem neuen Job zu kämpfen, ja, mach dein, lebe dein alles geiles Leben, echt, lebe deine Pläne und zwischendurch, ähm, kannst du vielleicht so James Bond-mäßig eine Frau zu dir einladen, an die Seite, in dein Auto, in dein Essen, Martin, aber, äh, nee. Hab keine Kraft, um an der Beziehungsfront zu kämpfen, nee. Andererseits Frust, andererseits auch Schmerz, ich könnte sie verlieren, echt, man, hast sie doch schon verloren, oder? Also ich glaube, ich, kannst mir gerne, also wenn du was weiterführst, kannst du mir gerne nochmal schreiben, aber ich bin eigentlich sehr großer Wahrscheinlichkeit, also ich kann jetzt echt nicht, auch nicht empfehlen, da noch weiter Energie reinzugeben, ey, wirklich nicht. Äh, sind doch jetzt schon sechs Monate und gibt schon genügend Bindungshormone. Ja, ab drei Monate geht's immer los, aber was willst du machen, ne? Du hast es halt probiert und alles gut. Möglicherweise suche ich mir auch oft nicht richtig oder kaum verfügbare Frauen. Nicht kompatibel Muster, ja, ich habe das ja jetzt nicht von anderen Beziehungen geschrieben, also ich hatte definitiv so ein Muster und vielleicht hast du das auch, ne? Dann solltest du mal jemand anders daten. Beste Grüße, Gruß zurück und danke für die schöne Mail und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.